Heute und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country mit Flash! Mit Centooooouhouuuus! Ohohohoho! Cento-husten! Die Ansagen werden auch immer bekloppter, ehrlich. Das ist die Strafe! Und das war auch geil jetzt! Guck mal, ich kann mein Husten und deinem Lachen unterdrücken! Ja, mhm. Und ich so verreckig! Ja. Ich wundere, dass das nicht passiert, dass du direkt runterfällst, wenn die Bühne kommt Hab mich auch schon gewundert, aber irgendwie passt das Du hättest wahrscheinlich so gemacht Ja Dass da nichts passiert Sollte das nicht so ausreizen mit dem Bubble-Ding hier Ne Wieso nicht? Fetti, fetti, fett sag Fetti Froschgesicht So, probieren wir es aus Wie ich gerade hier sitze ist awesome Ja, wieso? Ach so, so knient die Füße nach dem Stuhl, so gerade eben Und dann den Controller da so halb drauf gelegt Oh, die Dinger werden schneller Die Dinger gehen schneller in den Boden rein Ja Wow Alter, was soll ich das jetzt? Ach, die Kacke Ja, toll Ja Ich würde sagen Tschüss Ja, da muss ich lang Ach, du Scheiße Komm erst mal so weit Du hast noch 27% dazwischen Ja, weiß, ich weiß Na irgendwie schaffe ich das schon Ja, ich werde dir Beistand leisten immer Wenn du das noch zu Ende spielst, kann ich schon mal Teil 2 anfangen Naja, ich mach einfach Singleplayer dann daraus Nein Kann ja noch, weiß ich nicht parallel Normalerweise müsste das doch hinterher klappen Naja, irgendwie, weiß ich auch nicht Ah, jetzt kam der Koko, das ist das Problem Ja, schön Naja Wie hab ich das Ding gemacht? Ja, weil du, glaube ich, von einer höheren Position gesprungen bist, weil der Koko dich ja da so reingeboxt hat Nein, ich bin hier Ich bin von mit dem darauf gesprungen War doch mit, Didi Naja, vielleicht geht's nicht Dass ich da Naja, egal Vielleicht kriegst du noch einen Koko hin, wenn das War doch nicht Der sollte sich drehen Kannst du nicht Runter, runter, runter Ja, das ist zu spät Der rutscht immer weiter hoch So ein Sack Ja, die sind passend eingestellt Dass du das nicht machen könntest Ja Mein Gott, echt Naja So Neurundernes Glück Ab den Reifen muss ich nach links Boah, ich hab da so richtig Das Level, das kotzt mich an hier Jetzt muss ich aber durchkommen hier Ach, komm Sehr ruhig Nein, komm Weil du wieder abgestürzt bist Kacke Auf meine Hände, Alter Aber wir merken trotzdem immer, dass wir voll Spaß haben Ich hab's dabei gehabt, ne Das ist Donkey Kong, Mann Genau Wenn man über die Fails lachen Gegen Und selbst drüber noch lachen, wenn man selbst fällt Ja Nein, Gott Der Krokodok Ich sag's doch Oh Mann, ey Wunsch, was nervt das Oh, tierisch Zeichnet er noch ein Naja, was Salz Mach da was Salz Hast du gesehen? Du hattest 88 Bananen Und bist runtergerannt Es lacht an diesen Scheiß 88 Bananen Ja, ja Hätte ich jetzt auch gesagt Leben nur noch Strickige Scheiße Ah, jetzt musst du beide mal Da hochkommen Ja Oh, das wird knapp Hallo Oh, ich schaff da eh wieder nicht ranzukommen Besonders Weil ich dann Ach gut Jetzt hab ich ihn gekriegt Wenn ich sag, ich schaff das nicht, dann schaff ich das Irgendwie Bah Ja, da bist du zu langsam So geht's Wo kommt man jetzt hin? Oh Ich glaub hier warst du auch schon dran Weiß ich nicht Wie dann geht die Alter Okay Ja, guck mal, kriegst du hier noch ein Leben Ja, die kriegt man irgendwie nicht Oh, guck mal, ein Strauß Ja Oh, guck mal Drei Stücke Hat sich doch gelohnt Ja Hat sich doch gelohnt Hat sich wirklich gelohnt Mal riskanten Sprung Ach, fuck Ja, das ist egal Ich hab falsch gedrückt grad Ja, Controller, ne Oder eher gesagt An der Einstellung Heißt die Beim Xbox Controller Ja, und gibt's ja auch hier Oben, unten, links, rechts Hm? Gibt's auch nur oben, unten, links, rechts Ja Aber ich hab gemerkt, ich hab da anders eingesteckt gehabt Ja, siehste, das ist ein bisschen blöd Ja Ich benutze ja zum Beispiel die Schultertasten, ne? Wofür? Zum Rollen Für dieses Renten, für dieses Sprinten Ja, habe ich vorher auch gemacht Ja, drei schafft da Vier nicht mehr, da ein bisschen Nö Gesehnt Ach, ist auch egal Drei jetzt Drei jetzt Nachher nochmal vier Oder wenn du beim Fisch Drei hundert einsammelst Und dann mal zwei machst Küsste sechs geben Ah, guck mal Cool Dafür ist das nämlich gedacht Hm, da ist auch irgendwas Sonst würde das nicht so geschützt sein Von den Kakbinen Ja, ist mir aber egal Du kannst dich nach unten halten Bei dem Ja Schön Und eigentlich kann ich ranspringen Hm Hast ja aber wieder bei Leben Ja, zum Glück Du hältst dich in diesem Level Irgendschön wacker In der Kanten kann er sterben Weil dagegen Boah, du machst das auch vor riskant Bei ihm, ne? Ja, was soll ich dir machen? Ich hab Didi In der In der Tasche Ja In der Arschtasche Aha Boah Ich wollte da drüberspringen Du wolltest gar nicht Auf zu lügen Ich hab mir die Stinkefinger Ans Gesicht gezeigt Aber hab ich nicht an Ja, komm doch noch mal, ne? Ja, aber Mal gucken Dieses hier vielleicht noch Aber vielleicht auch nicht Mal schauen Auf zu lügen Na, das ist Kann noch Zeit Komm, wechsel Wow Knapp Ah, jetzt schaffst du es nicht Obwohl du schaffst es Ja, glaub ich nehm ich auch Oh Hey, cool Guck mal Knapp Knapp Ja Ach egal, komm Deine Mitte Du brauchst doch nur stockern Du brauchst doch nur Hm, hm Du musst die ganze Zeit machen Ja Was denn runter Ja Ich glaub man muss sogar erst nach oben Dann da links Dann da rechts Dann gibt's irgendwas Ja Ich muss noch aufdrehen Wenn ich vier Fische hab Das weiß Probier's hoch Ja 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 Irgendwie Irgendwie passt das mit dem Controller nicht Für deine Finger Ja, aber ich merk's Guck, fünf Leben 500 Es gibt, glaub ich, hier einen Wigit-Bonus Dass du oben Links Rechts Unten machst Hm, kann sein Und dann kommt irgendwas in der Mitte Bin mir aber Keine Ahnung 100% sicher Weiß das nicht Weiß das nicht Na gut Hab ich ein paar Leben wieder zubekommen Na, fünf Stück Wieder zehn Stück, ne Was wieder zehn Versuche Ja Den zehn Versuchen Kannst du noch dreimal Fisch und dreimal Wenn es gut schaffst, den Storch zu holen Ja Hallo Aber so hol ich mir nochmal die Bananen Komm, joh Sof, der ist Ena ist beweglich, der ist es Ja, war das Sof Pfff Pfff Nein Das ist das Problem Weil es immer so scheiße Rutschig ist Ja Du musst direkt Die Renntaste musst du drückt halten Und direkt weiterlaufen Ja Anders kannst du nicht machen Du an dem Ich Ah Aero Crash Neue Runde Neues Glück Tauschen Ja Bin ja mal gespannt Wann ich das ja beschaffe Leben hast du genug Ja Da brauchst du nicht Angst haben Nein, ich bin nicht so wie andere YouTuber Die einfach Erst das nehmen Wenn die das geschafft haben Das ist ja voll langweilig Es gibt ja solche Leute, die das machen Hat man auch nicht Man ist aber auch häufig bei den Ja, Minigames Ja gut, bei den Minigames Ja, aber trotzdem So ist es behindert Ey, man soll schon Alles spielen Ja Man soll schon sehen, wie der auch stirbt Und so Nicht, wie er mal da am Gewinn ist Ja Gibt aber manche Leute, die machen das halt so Ja Na, drüber haben sich Skate und so auch letztens unterhalten Wo das jemand war Ach du Scheiße Hier war doch irgendwo eine Biene Ja, war sie doch Da kommt noch zum Koko Und ich das auch Boah Alter Schwede, da kommt ja noch einer Ja Leck um mir an Taschen Leck um mir Da werde ich aber jetzt noch ein bisschen dran hängen Ja Tüfteln Tüftel, Tüftel Arschgefüftel Hass Keine Ahnung Keine Ahnung Ich glaube, du ne Scheiße grad Mach du noch Ah, ich glaube Ja, mach du nochmal Hm? Nein, nein, schon gut Ich spreche mit mir selber Achso, wie immer Sicherlich Ich müsste ja selbst gespräch wie Führer Schön War ja klar, dass ich das Ding nicht kriege Ich bin echt so super manchmal Naja, egal Ah, jetzt kann sie durchrutschen Nicht, kann ich nicht mehr Boah Ja So gewonnen So zerronnen Ja Mach mal krab Und damit würden wir sein Bis zum nächsten Mal Bei Donkey Kong Country Ciao Ciao Tschüss Tschüss